Ich komme jetzt zur Zugabe, und zwar ein Lied aus Russland. Es geht um russische frische Brötchen. Das Stück heißt Nowaja Semmelja. Ich habe es aus meiner Heimatstadt Ops mitgebracht. Übersetzt würde es als ein... Das verstehen nur die wenigsten. Das ist wieder ein Stück, was zum Mitsingen geeignet ist. Habt ihr nicht irgendwie ein Foto da oder sowas? Da ist es. Nastrovje Vom. Ich singe Nastrovje und Sie singen Vom. Wollen wir es mal probieren? Nastrovje Vom. Klappt ausgezeichnet. Nastrovje Vom. Vielleicht einem Choral aus den Tuberkulose Fürsorge. Nastrovje Vom. Einige Partisanen dazwischen. Nastrovje Vom. Ja, klappt ausgezeichnet. Sie sind fähig. Aus diesem Grunde darf ich sagen, ich möchte das Ganze mal kanonartig verteilen. Ich werde hier einen Trennstrich ziehen. Herr Kameramann, lassen Sie bitte den Kabelträger los. Das ist gut. Der linke Teil von mir ausgesehen, auch die jungen Dinger da oben, versuchen es einmal mit einem herzhaften Nastrovje. Und Sie übernehmen die Vom-Partitur. Wollen wir es mal versuchen? Vielleicht klappt es. Ich glaube es nicht. Nastrovje Vom. Okay, ist ein kleines dynamisches Defizit auf dieser Seite. Ich glaube, ich werde die Gruppen doch austauschen, um das Ganze ein bisschen zu perfektionieren. Weil wegen des Wortlauts haben die da auf der Seite einige Schwierigkeiten. Versuchen Sie es mal mit dem Nastrovje-Teil und Sie mit einem herzhaften Vom. Sie brauchen nur die Lippen zu stülpen. Vom. Wollen wir es mal versuchen? Nastrovje Vom. Faszinierend, wie ich die Massen in der Hand habe. Was?